Ich bin ein bisschen bescheuert. Ich habe im ersten Kalb ja keine Ahnung, wo ich landen soll. Keine Ahnung, wo ich zum Scheiß hier die Computer kaputt mache. Das sind schon sehr ärgerliche, ja, Momente gerade. Ich habe da so eine riesen Köpfe, sonst was. Aber ich kann nicht so beschissens gedauern. Manchmal ist das schon ein bisschen nervig, da hast du zwar das Auto in links und dann trifft er trotzdem nicht. Okay. Ja, jetzt würde ich hier wieder wie mit Kopf da herum. Ja, ganz schön hier. Wo ist es jetzt, also diesen... Ne, die Kopf da töten. Ich glaube, ja. Ist jetzt hier kaputt? Ich will nur noch einen raus Was macht der eigentlich gar nicht? Okay, genau, die Lampen. Ein Schuss nach dem anderen, oah Oh Mehr wollten wir uns gerade gelaufen Da stehen wir jetzt da rum Alright, wir wollen das Das war's für heute. I have kind of nothing because I kind of... Hauptsache, mein Schilder ist vielleicht zu gut schade. Komm, mein Berserker ist mir für eine bestimmte Zeit da. Ja, das ist okay. Ja, mein Gott. Ja, was soll ich jetzt großartig sagen? Ich glaube, der Schweizer. Aber es passiert jetzt auch nicht gerade großartig viel, was aus dem ich hier lang laufe. Lichter ausschieße. Ja, das ist wirklich ein Halt. Wenn man sie da an muss. Holy shit! Get out of the way! Was ist die da ein Weiblicher Kopf? Ja. Was ist die da ein Weiblicher Kopf? Ja. 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 Damit sich meine Energie regeneriert. Ob das wirklich gut macht, wenn ich es nicht mache, weiß ich nicht. Na, na, kann ich mich gar nicht drehen. Okay. Ah, ich glaube, ich bin zu viel. Aber ich habe nie noch nie been to Dutch Oven Harrys. Ich habe schon mal Wasser bekommen. Du musst ihn schießen. Es ist sehr schön, dass du nicht bei Dachi warst, aber ich verbringe immer zu viel, zu viel Zeit, damit irgendwelche Sachen kaputt zu machen, äh, zu schießen. Artepunker, das war auch. Okay, das ist gut. Ja, die Filthy-Sweeds, Gott bless sie. All gut? Okay, pervers. Vielleicht könnt ihr die eigentlich auch hier alle töten, um ihre Seelen zu fressen. Hm, würde mich stärker machen, aber ich glaub, nee. Hey, 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 what say you slipped me a couple of bucks, hey? Huh? I gotta take a train. Hey, it only takes a second to be polite, you little prick. Hm, ähm... Vielleicht sollte ich doch gar nicht hier rausgehen. Ich glaub eigentlich nicht, das ist immerhin ein Shooter. Also, das ist auch so viel, ne?